Ein herzliches Willkommen zu einem Heyday Video. In diesem Video möchte ich euch mitteilen und ihr habt es wahrscheinlich auch schon gerade bemerkt, es ist gerade Wartungspause, denn es gibt heute ein neues Update. Ja, sehr unerwartet für euch sehr wahrscheinlich, weil das nächste Update kommt eigentlich als Ostern, aber heute kommt ein Update. Es ist ein Mini-Update und ich sage euch jetzt was drin vorkommt, nämlich das erste sind die Farmpass-Aufgaben. Da sind viele von verbuggt und davon werden jetzt einige gefixt, wie zum Beispiel die mit der Derby-Aufgabe. Das zweite sind Übersetzungsfehler, die geändert werden und jetzt wieder richtig dargestellt werden. Und das dritte ist der Creator-Code. Ja, mehr gibt es leider nicht. Der Creator-Code, kann ich kurz erklären, was es ist. Hier bei den Diamanten werdet ihr rechts neben dem 4000-Diamanten-Symbol einen Button finden, einen grünen Button, wo ihr dann den Creator-Code eingeben könnt. Dieser Creator-Code wird alle 7 Tage zurückgesetzt, das heißt ihr müsst da immer, wenn ihr kauft, gucken, wo habe ich da einen eingetragen. Natürlich, wenn ihr wollt, ist natürlich keine Pflicht. Dann könnt ihr die folgenden Streamer unterstützen. Na super, Moment, was war das denn? Oh, hier, die folgenden Streamer unterstützen. Da, so, da sind sie. Ja, genau, die haben nämlich alle einen Creator-Code. Red Knight kennt da wahrscheinlich alle Nighthawk. Das ist ein holländischer YouTuber, Phoebe, amerikanisch-englisch, Gizmo, auch amerikanisch-englisch. Hey, der Español, spanischer YouTuber und dann ich. Und ja, links ist der YouTube-Name und rechts der Creator-Code, den ihr eingeben könnt und dann damit unterstützt. Ihr zahlt nicht mehr, also wenn ihr den eingebt, dann unterstützt ihr uns damit und ihr müsst nicht mehr bezahlen. Also, freiwillig für alle könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Namen da eingebt. Ihr könnt aber auch gerne einen der anderen YouTuber eingeben, ist es euch überlassen. Und ja, das war es auch schon für das Video. Das ist das kleine Mini-Update von heute. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein und ciao.